Hallo Leute und Willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Sebastian, guten Morgen! Entschuldige, wenn ich etwas stinke, ich habe die ganze Nacht in der Hitze geschwitzt. Bitte was? Warum? Warum hast du in der Hitze geschwitzt, Sebastian? Was ist da los? Oh Leute, wir haben Post. Ich habe dieses Rezept im Ausland gelernt, viel Spaß damit. Wollte mich nur bedanken, weil du dafür sorgst, dass ich mich hier wohlfühle, kennt. Knuspriger Barsch, oh das ist ja lieb von ihm. Oh, noch mehr Post. Hi, wie geht's dir? Ich hoffe, dir gefällt das beigelegte Geschenk. Tschüss, Emily. Ach, mal wieder ein bisschen Stoff, das ist doch schön. Und ich muss ja erst mal schauen, also den Stoff packe ich hier rein. Und dann meine ich mich erinnern zu können, dass doch der Gas heute Geburtstag hat, oder? Wo haben wir denn Gas und was mag der so? Diamant und Orange, okay. Dann würde ich sagen, opfern wir einfach mal ein Diamant. Ich möchte auch ganz gerne, ach nee, Quatsch, den ganzen Kram muss ich noch gar nicht mitnehmen. Weil wir noch gar keinen Pferdestall bauen können, denn die beiden Fässer da sind derzeit noch befüllt. Der Rotkohl ist nicht fertig, das hier ist nicht fertig, aber ein bisschen Mohn. Ach, wie schön. Und ich meine mich zu erinnern, dass wir da auch im Gemeinschaftszentrum ein bisschen was brauchen. Oder bei dem Freundschaftsbündel muss ich gleich auf jeden Fall mal nachschauen. So, ein bisschen gemischte Saat ist auch schon fertig. Das ist schön, das ist ja heute mal richtig erfolgreich. Und der Weizen ist auch komplett fertig. Oh, wie gut ist das denn? Das finde ich ja mal richtig super. So, Weizen, ja, kommt mit, kommt mit ihr lustigen Weizenbündel. Warum kann ich da nicht lang laufen? So, kommt schon, da unten ist auch schon der Hopfen fertig. Muss ich gleich noch mal schauen. Also, das nehmen wir auch mit. Hopfen ist der fertig? Nee, okay. Okay, so, dann nehmen wir das hier noch mit. Und das da unten muss ich dann auf jeden Fall gießen. Leute, ich habe in den Kommentaren, ach, in den Kommentaren, was erzähle ich hier? Ich habe im Internet gelesen, dass wohl der Ehepartner, also in unserem Fall Sebastian, angeblich hier auf der Farm ein bisschen helfen würde. Ich habe das Gefühl, der hilft so gar nicht. Also, ich weiß nicht, das stand irgendwie, der würde eventuell Zäune reparieren und Pflanzen gießen und so. Das macht der aber alles nicht. Das finde ich nicht gut von ihm. Und ich muss jetzt erst mal schauen, Leute, es wird Zeit für weitere Kisten. Also wirklich jetzt, das kann nicht so weitergehen. Nee, das kann echt nicht so weitergehen. Wir haben davon noch eine, die wir stacken können. Die hier auch, okay. Die hier schon nicht mehr. Okay, ich brauche eine Pflanzenkiste und definitiv eine Kiste für weiterverarbeitete Dinge, wenn ich das jetzt mal so sagen kann. Wo habe ich denn hier? Habe ich Weintraum. Okay, damit kann ich gerade nichts machen. Und das hier ist die Pflanzenkiste. Wow, die ist einfach mega voll, ne? Ich verkaufe mal die 9 und ich verkaufe mal die 5. Ganz ehrlich, so viel brauche ich nicht. Und ich verkaufe auch, ähm, Moment, die und die. Ganz ehrlich, das brauche ich alles nicht. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Das ist zwar super, um das zu verschenken, aber trotzdem, dann lagere ich lieber, nee, Moment. Dann lagere ich lieber so ein paar andere noch ein. Davon vielleicht mal 5 oder so. Das ist dann schon ganz okay. Okay, und der Rest, ganz ehrlich, wird jetzt gnadenlos verkauft. Also wirklich, weg damit, weg damit. Ähm, weg damit. Edelwicke behalten wir mal. Was war mit der Tulpe? Die kann auch weg, das kann auch weg. Die hier können weg, das kann weg. Edelwicke kann ich auch nochmal behalten. So, die Pilze kommen auf jeden Fall weg. Da haben wir noch einmal Mohn. Äh, nee, Moment. Moment, da packe ich da nochmal ein bisschen Mohn hin. Okay, haben wir jetzt hier noch Platz für Weizen. Auch gerade nicht so wirklich, ne. Also die hier kann verkauft werden, ganz ehrlich, das brauchen wir nicht. Und da haben wir noch einen Kürbis. Da haben wir noch, okay, die Pilze. Wisst ihr was, ich hau auch die jetzt weg. Ganz ehrlich, da packe ich lieber das hier rein. Und dann kommen die noch dazu. Da haben wir jetzt nochmal Weizen. Okay, hm. Ich glaube aber trotzdem, wird es heute Abend Zeit, da tatsächlich mal eine neue Kiste zu machen. Also das kommt weg, das kommt weg. Den ganzen Kram nehmen wir jetzt erstmal mit. Ich packe den gleich irgendwo unten hin. Und hier haben wir, nein, Quatsch, hier haben wir noch Platz. Nee, auch nicht. Oh Gott, oh Gott. Ja, definitiv später noch ein paar Kisten machen. So kann es ja nicht weitergehen. So, das kommt da hin. Und dann habe ich mich auch informiert, wo ich denn den Kugelfisch bekomme. Den kann ich ganz einfach angeln. Im Sommer bei schönem Wetter am Strand. Und ich habe hier gestern wieder nicht zugemacht, ne. Das bedeutet, ihr lauft jetzt hier wieder alle frei rum. Na super. Das ist ja ganz toll. So, ich hier nochmal liebhaben, genau. Damit ich da auch niemanden vernachlässige. Und da haben wir noch ein bisschen Stoff und wieder ein paar Eier. So, das kommt natürlich alles mit. Ja, sehr schön. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich nochmal was ausbrüte. Also einen Küken ausbrüte. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das wird dann doch ein bisschen viel so auf Dauer, ne. Also Eier, schön und gut können wir auch immer gebrauchen, aber trotzdem. So, das kommt rein. Vor allem, weil ich ja später vielleicht auch noch ein paar Kaninchen oder so haben möchte. Und ich überlege jetzt gerade, laufe ich jetzt gleich tatsächlich mit dem Mehlkübel hier rum. Ja, muss ich wohl, ne. Das muss ich wohl. Haben wir Trüffel? Nein, haben wir nicht. Ach, schade. So, das kommt auch noch mit, genau. Und dann schnappen wir uns die Mehlkübel. Ich glaube, das Schafscheren können wir gerade noch nicht. Ne, das sieht nicht so aus. Und Trüffeln liegen hier gerade auch nicht rum. Wobei, ich glaube, die sind auch relativ selten, ne. Also nicht mal am zweiten Tag. Also nicht alle zwei Tage, ich glaube, noch seltener. Aber gut. So, eine normale Milch, das ist ganz schön. Und wie sieht es mit dir aus, Tello? Wenn du Tello bist, nein, bist du nicht. Du bist Focaccia und du hast gerade keine Milch für mich. Dann kommt erstmal Tiramisu dran. Gebt mir bitte Milch. Ja, dankeschön, eine große. Und jetzt ist aber Tello dran. Kann es sein... Hey, Tello, gib mir Milch. Kann es sein, dass Tello und Focaccia immer abwechselnd Milch haben? Also Focaccia an einem Tag und Tello dann am anderen. So kommt mir das vor. Also davon... Quatsch, das wollte ich doch gar nicht. Davon eine, dann haben wir da noch die. Und dann haben wir hier noch die. Ja gut, wie immer eigentlich eine dreimal Milch und vier Käsemaschinen. Und eine davon sogar noch in der Truhe oben. Und heute darf ich echt nicht vergessen, hier den ganzen kompletten Stall zuzumachen. So, es ist Montag. Bedeutet, Mani ist nicht da. Pierre hat aber geöffnet. Da werde ich gleich mal schauen, dass ich auf jeden Fall noch ein bisschen Saat kaufe. Es ist jetzt der achte. Ja, das passt ja noch, ne? Das passt ja alles noch. So lange ist ja noch kein Sommer. So, das kommt weg. Und das kommt weg. Den ganzen Kram nehme ich jetzt erstmal mit. Ne, Moment. Stopp, stopp, stopp. Der Käse kann noch weg. Den möchte sowieso niemand. Und habe ich hier Stoff drin? Ja, habe ich. Okay. So, ich habe da die uralten Samen. Die kommen später auf jeden Fall ins Gewächshaus. Die hier muss ich im Herbst aussehen. Okay. Da habe ich noch ein paar Wege. Ich habe noch zwei Sprinkler. Kann aber auch jederzeit noch welche machen, ne? Dann lasst uns mal eben schauen. Wir haben 8, 16, 24, 32, 40, 48, 48. Ja, ich könnte auch so um die 60 oder so kaufen. Ja, müssen wir mal schauen. Weil ich ja generell gesagt habe, dass ich ein bisschen mehr anpflanzen möchte, könnte ich eigentlich auch hier noch, ne? Ist vielleicht auch keine schlechte Idee. Wir gucken einfach mal, was der Pierre da Schönes im Angebot hat. Und wer uns jetzt so über den Weg läuft. Diamant habe ich dabei. Das ist super. Damit wir dem Gast ein Geburtstagsgeschenk machen können. Haben wir vielleicht noch eine andere Quest? Nein, es hängt nichts aus. Okay. Aber mit Gast Geburtstag war doch richtig, oder? Ja, das war richtig. Und Diamant war auch richtig. Okay. Hallo, Mani. Für dich habe ich jetzt nichts. Den Diamant bekommt leider der Gast. Das tut mir leid. Also, 12 Tage. Da haben wir noch mehr Melonen. Da haben wir noch Tomaten, Blaubeeren. Ähm, Peperoni. Das ist ja mal ziemlich simpel. Radieschen. Haben wir überhaupt Radieschen angepflanzt, so viele? Ich weiß es gar nicht. Ich schnappe mir jetzt einfach mal, ähm... Ich würde sagen, wir machen einfach mal 24 Radieschen. Und Mohn. Könnten wir dann rein theoretisch auch noch ein bisschen was machen? Wie wäre es da auch einfach mal mit 24? So, jetzt haben wir 48. Sommerschmuck wächst in 8 Tagen. Pass mal auf, da machen wir auch noch ein bisschen. Da würde ich jetzt sagen, kaufen wir davon 16. Und Hopfen Mais. Haben wir eigentlich Mais angepflanzt? 14 Tage. Äh, nein. Das lassen wir dann, oder? Kostet 150, Sonnenblumensaat. Ist auch nicht schlecht. Ähm, bringt bei der Ernte noch mehr Samen ein. Haben wir davon nicht noch welche? Ich bin mir gerade überhaupt nicht sicher. Was gibt es sonst noch? So, Rotkohl wächst in 9 Tagen, haben wir ausgesät. Aber wisst ihr was? Vielleicht kaufe ich noch ein bisschen Rotkohl. Ja, ich weiß. Das ist unser armes Geld. Aber ganz ehrlich, das bekommen wir doch durch ein paar schöne Blumen bestimmt wieder rein. So, gleich ist es 12 Uhr. Und den Fisch kann ich, wie gesagt, von 12 bis 4 oder so fangen. Da werde ich jetzt mal schauen. So, eine Edelwecke schnappe ich mir noch. Und dann gehe ich eben kurz bei George und Evelyn vorbei. Die packe ich da hin. Und da haben wir den Lauch. Ich hoffe, ich kann euch noch was schenken. Das habe ich am liebsten. Danke dir. Bitteschön, Evelyn. Ach du meine Güte, das sieht wundervoll aus. Das ist sehr lieb von dir. Ja, ich weiß. Ich bin ja auch ein sehr netter Mitbewohner. Bist du da? Alex, nee, ist er nicht. Okay. Gut, vielleicht treibt er sich irgendwo am Strand rum. Da, wo wir jetzt auch hingehen. Da oben ist der Sam. Moment mal, Sam, du magst doch Kaktusfrucht. Pass mal auf. Werd mal hier, mein Lieber. Warte, warte, Sam, warte. Oh yeah, das habe ich besonders gern. Ich weiß. Und ich habe auch schon Lea gesehen. Oh, da ist auch Harvey. Moment. Oh, ach, ich habe Lea schon zwei Geschenke gemacht diese Woche. Okay, dann tausche ich das mal eben kurz aus. Und der Harvey bekommt ein bisschen was Eingelegtes. Was? Ach so, ich habe ihm heute... Ah, okay, ich habe ihm heute ein Geschenk gegeben. Ich wollte schon sagen. Diese Woche, das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. So, für Bürgermeister Louis hatte ich jetzt nichts dabei. Zu Gast können wir dann ab 15 Uhr oder 16 Uhr, ich weiß nicht genau, jetzt auf jeden Fall ein bisschen angeln und hoffentlich ein wenig Glück haben, dass wir den Kugelfisch bekommen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wer wollte den denn. Oh, das haben wir fertig. Ach super, kennt. Habe ich gar nicht dran gedacht. Und der Kugelfisch ist für Dimitrios. Alles klar. Oh, das hier... Ah, das sieht doch gut aus. Ah, das sieht doch gut aus. Vielleicht bekommen wir da direkt den Kugelfisch. Oh. Habe ich eigentlich schon mal einen gefangen? Ich weiß es wirklich nicht. Das ist relativ leicht. Was ist es? Es ist die Rotbarbe. Okay. Oh, wie schnell das hier geht. Das freut mich. Das könnte wieder die Rotbarbe sein. Ne, das sagt ein bisschen... Oh. Das sagt ein bisschen ab, steigt dann aber an. Könnte auch der Thunfisch sein. Der war auch nicht ganz so leicht. Es ist der Buntbarsch. Okay. Ich habe nichts gesagt. Oh, das war ein bisschen weit. Oh, was ist das? Wenn er jetzt runterfällt, könnte es wieder der Buntbarsch sein. Eventuell... Oh, vielleicht soll ich ihn auch... Hallo. Vielleicht soll ich ihn auch an der Angel behalten. Das wäre ganz schön. Wenn das auch tatsächlich hinhaut. Na, komm schon. Ah, wieder die Rotbarbe. Okay. Der hat aber schnell angebissen. Oh. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mann. Das war schwer. Das war schwer. Und jetzt ist er nicht mehr die Special Stelle. Ach, manno. Dabei war das bestimmt der Special Kugelfisch. Also ich meine echt bis 4 Uhr. Wir haben jetzt gleich zwei. Noch zwei Stündchen angeln. Ist ja schon okay. Oh, was ist das? Könnte wieder Rotbarbe sein. Oh. Oh. Geht ganz schön nach oben. Ja, das ist die Rotbarbe. Oh. Das hat auch schnell angebissen. Wow. Wow. Ach, Leute. Das ist doch der Kugelfisch. 100 pro. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist der schwer? Shit. Den kriege ich nicht. Ach, Mann. Das ist der doch 100 pro. Na komm schon. Bitte. Ich möchte ein kleines Erfolgserlebnis mit Seetang. Wow. Fantastisch. Ich hab's jetzt schon zweimal verbockt. So. Jetzt. Was? Ich hab doch rausgezogen. Ich hab doch rausgezogen. Ich wollte gerade sagen, jetzt aber. So. Jetzt aber. Oh, das ist wieder Rotbarbe. Oh, das war sogar perfekt. Wow. Nicht schlecht. Eine perfekte Rotbarbe. So, komm schon, Kugelfisch. Wir haben noch eine Stunde Zeit. Sonst muss ich hier echt jeden Tag bei Sonnenschein hingehen im Sommer. Und da mein Glück versuchen. Das ist wieder die Rotbarbe. Oh, geht nach oben. Ja, doch. Ist die Rotbarbe, oder? Ja, das ist die Rotbarbe, natürlich. Oh, komm schon. Also schon zehn nach. So, jetzt aber. Oh ja. Oh mein Gott. Oh nein. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Jetzt hab ich schon dreimal verbockt. Komm schon. Jetzt aber. Na toll, Seetang. Aber damals bei diesem besonderen Anglerfisch, da war ich auch sehr geduldig. Da hab ich es einige Male verbockt und hab ihn dann am Schluss doch noch gefangen. Ich hoffe, dass es beim Kugelfisch auch der Fall sein wird. Es ist aber schon 15.40 Uhr. Ach man. Ja, noch eine Rotbarbe. Wundervoll. Komm, jetzt aber. 20 Minuten noch. Oh ja, oh ja, oh ja. Oh, ist das schwer, Leute. Shit. Nein, 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 nein. Oh Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Konzentration. Es wird einfacher, hab ich das Gefühl. Shit. Vielleicht sagt er wieder... Oh, da oben hasse ich das. Genau, dann sagt er nämlich... Oh, jetzt wieder ab. Oh nein, 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 nein. Oh, ist das schwer. Das war gerade so gut, ne? Das war gerade so gut. Komm schon, bitte. Ey, jetzt komm schon. Das gibt's doch nicht. Oh nein, 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 nein. Oh nein, 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 nein. Oh, sack doch nicht wieder ab. Ich muss den kriegen, bevor der... Ach, bevor der ganz nach oben geht. Weil wenn der ganz nach oben geht, dann geht der auf der ganz nach unten. Oh, ist das schwer. Hui, ich muss mal irgendwie mit den... Oh Gott. Stopp. Mein Finger tut weh. Oh nein, 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 jetzt sackt er wieder ab. Leute, ich kriege... Oh nein, jetzt spinnt meine Maus. Jetzt hält fest. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Hand ist gar nicht mehr an der Maus. Ich kann nichts tun. Was ist das hier? Jetzt funktioniert es wieder. Oh, jetzt... Komm schon. Aha, komm nochmal. Boah, ist der schwer. Heftig. Also, den habe ich definitiv nicht gefangen. Den habe ich wirklich beim Händler einmal nur gekauft. Und noch nie gefangen. So, es ist 16 Uhr. Ich glaube, das war es für heute. Schade. Schade, schade. Letzter Versuch jetzt. Ne, aber ist schon 10 nach. Ne, das wird nichts. Das ist nochmal die Rotbarbe. Gut, dann müssen wir in den nächsten Tagen wohl nochmal unser Glück versuchen. Plätze haben wir noch frei im Inventar. Das ist ganz schön. Rotbarbe bringt uns jetzt vermutlich ein bisschen Geld. Und dann werde ich jetzt zum Gast gehen und ihm sein Geschenk geben. Und dann einfach mal schauen, wer sich da noch so aufhält. Ähm, ich habe doch eine Tulpe für dich. Hey, Jess, warte mal bitte. Ich habe was für dich. Ich liebe Geschenke. Danke dir. Ja, bitteschön. Bürgermeister Lewis, für dich habe ich nichts. Es tut mir leid. Äh, Maru habe ich auch nicht. Ne, Evelyn, dir habe ich schon was gegeben. So, dann gucken wir mal. Da ist der liebe Gas. Und der liebe Gas bekommt ein Diamant. Und für Emily haben wir auch noch ein Smaragd. Das ist auch toll. Ich bitt es mal da so hin. Genau. So, Gas. Happy Birthday. Ein Geburtstagsgeschenk. Das ist sehr nett von dir. Ich liebe es. Das freut mich. Und für dich auch nochmal. Dieses Geschenk ist fabelhaft. Vielen, vielen Dank. Ja, das freut mich. Wie sieht es denn generell so aus? Ja, ganz gut, ne? Ganz gut. Also bei den Hauptcharakteren, sag ich mal, die, an denen ich immer vorbeigehe. Komm, sieht es ganz gut aus. Ja, hier unten hin wird es natürlich ja sehr, sehr mau. Oh, Karoline. Oh, oh, oh. Es tut mir einfach leid. Und so Charaktere wie der Zwerg oder die Sandy. Gut, das kommt ja dann alles irgendwann später. So, das hätten wir noch für Lea. Und das hätten wir eventuell noch für Abigail, ne? Dann werde ich mal kurz schauen. Ne, da war jetzt noch keiner drin, ne? Dann gehe ich nochmal kurz zu Pierre, falls er noch geöffnet hat. Und hoffe, dass die Abigail hier irgendwo ist. Oh, da ist Lea. Oder habe ich dir schon was geschenkt? Okay, diese Woche schon zwei Geschenke. Okay, oh, Lea. Lea, lass mich vorbei. Dankeschön. Pierre, was magst du eigentlich? Blöde Frage. Ähm, Pierre, 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 du müsstest doch auch irgendwo ganz unten sein, oder nicht? Da bist du. Ach ja, gebratener Tintenfisch. Karoline. Karoline, es tut mir so, so leid und Abigail ist nicht da. Ist Abigail zufällig in der Küche? Abigail, nein. Aber weißt du was, Karoline, wir sprechen mal mit dir. Am Mittwoch ist der Laden geschlossen. Behalte das im Hinterkopf, falls du irgendetwas brauchst. Ja, ich weiß es. Ich weiß es doch, meine liebste Karoline. Wenn erstmal der Sommerspuck fertig ist, dann werde ich ihr nichts davon verkaufen. Erinnert mich daran. Oder ich versuche mich selbst daran zu erinnern, wie auch immer. Dass ich echt nichts davon verkaufe und immer was für Karoline auf Lager habe. Das wäre ja wirklich ganz schön, wenn sie dann auch mal was bekommt. Vor allem, weil ich sie so mag. Es ist ja nicht so, dass das ein Charakter ist, den ich total doof finde und dass ich ihr deshalb nicht schenke. Nee, ganz im Gegenteil, ich mag die voll gerne. Aber irgendwie habe ich nie was für sie. So, wie sieht es aus in der Fischkiste? In der Fischkiste mit den Rotbarben. Das ist Rotbarben Nummer 1. Da haben wir 5 davon. Passt auf, das kommt noch dazu. Dann haben wir wenigstens schon mal die 2. Das ist okay. Das hier war der Buntbarsch. Haben wir den schon? Nein, Buntbarsch haben wir noch gar nicht. Dann kann der auch erstmal drin bleiben. Und die können rein theoretisch dazu. Wer weiß, vielleicht möchte das mal irgendjemand haben. Das wird jetzt verkauft, das wird verkauft. Das Eingelegte behalte ich jetzt nochmal im Inventar, genauso wie den Ziegenkäse. Weil ich den eigentlich gerne irgendwo ablegen würde. Ich komme nicht drum herum, nochmal eine Kiste zu machen. Also wirklich jetzt. Da komme ich echt nicht drum herum. Also wo sind meine Sprinkler? Da haben wir nochmal 2. Und dann denke ich aber, dass wir noch ein paar brauchen werden. Oder? Also die hier spare ich mir, weil Batterien... 24 Felder um sich herum. Ja, ist natürlich schön. Könnten wir aber vielleicht später eher so für die linke Seite benutzen. Weil ich das jetzt hier nicht alles komplett abreißen möchte. Eisengold verfeinerter Quarz. Eisengold verfeinerter Quarz. Okay. Dann gucken wir jetzt mal, was wir hier Schönes anpflanzen. Also wir haben 24, davon 16. Dann würde ich sagen, packen wir einfach mal hier so den Rotkohl. Na, kommt schon, nebeneinander. So. Da noch einen hin. Genau. Und dann haben wir jetzt da übrig. Dann haben wir da 3. Dann machen wir doch hier einfach mal die Radieschen. Damit das zumindest ein bisschen schön ist. Und ein bisschen in Reihe und Glied. Das ist ja schon mal ganz nett. Und so, dann haben wir da oben noch ein komplett frei. Und da ist dann so ein bisschen Gewurschtel und durcheinander, ne? Und wir haben jetzt nur noch 24 und 16. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir da erstmal ein Feld. Und dann mache ich... Machen wir einfach mal hier die 16. Das passt schon. Und dann mache ich da nochmal ein Feld hin. Genau. Dann haben wir davon jetzt noch 8. Okay. Und haben jetzt noch 3. Moment. Ich muss eben gießen. Nicht, dass ich das vergesse. Da oben auch auf jeden Fall. So. 24 und da noch 3. Das bedeutet... Einer kommt auf jeden Fall da hin. Und dann können wir jetzt da noch 2 machen. So. 1, 2. Genau. Dann haben wir das nämlich auf jeden Fall schon erledigt. Dann definitiv nochmal gießen. Und wenn ich gerade schon mal hier bin, mache ich mal eben fix die Stelle zu. Die Tiere sind doch alle drin. Das ist schön. So. Da nochmal zumachen. Und hier auch nochmal zumachen. Und die 24 sehe ich jetzt, glaube ich, echt da oben irgendwo aus. Dann hätten wir da noch 3 Felder. Also hier möchte ich momentan erstmal nichts hinklatschen. Sag ich jetzt einfach so. Sonst hätten wir nämlich da noch 1, 2, 3. Wie weit geht denn das? Pass mal auf. Hier wäre dann rein theoretisch der Weg. Und dann 1, 2, 3. Nein. Okay. Aber hier. Stopp. Hallo, Lilly. Hau das mal eben da rein. Also hier. Könnte man auch noch machen. Doch, das könnte man. Ich dachte gerade erst, das ist vielleicht zu nah an den Bäumen, dass das dann blöd aussieht. Aber nein. Könnte man machen. Aber gut, ich würde erstmal gerne die 24 jetzt da oben irgendwo hinpflanzen. So. Wie genau soll ich das direkt da dran machen? Ich weiß es gerade gar nicht. Ähm. Zwei Sprinkler habe ich gerade noch. Hier kommt ja dann sowieso der Weg hin. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt einfach mal. So. Nein. Das war einer zu viel. Da hin. Genau. Da nochmal runter. Da nochmal hin. Da nochmal hin. Da nochmal hin. Dann kommt da direkt schon mal ein Sprinkler in die Mitte. Und es würde rein theoretisch nicht passen, dann noch einen hinzusetzen. Also zwei passen, das ist klar. Aber da mache ich lieber hier noch einen und dann den nächsten da. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Ansonsten werdet ihr es jetzt sehen. Machen wir das nämlich so und so. Und machen da dann die altbekannten Wege zwischen. Und ich glaube, da muss ich doch mal den Baum hier noch weghauen. Der stört mich dann doch ein bisschen, weil man das dann nicht so wirklich sieht. Der andere hier unten kann ja noch wachsen, der Kleine. So, dann kommt das hier alles mit. Und dann machen wir das nächste einfach hier so. So, da runter und da runter und da hin und hier hin und da hin. Und dann brauchen wir noch einen einzigen Sprinkler. Der kommt da hin. So. Jetzt könnte rein theoretisch keins mehr da drunter. Aber das macht auch nichts. Nee, das ist nicht so schlimm. So, das haue ich eben weg. Dann sehe ich die ganzen wundervollen Blumen hier erstmal aus. Da oben auch noch eine. Und hier auch noch mal ein bisschen. Ja, ja, komm schon. Da unten auch noch. Und die letzten acht kommen dann einfach mal hier hin. Ja, ich weiß, es wird schon spät und die Vögel machen hier schon Geräusche und so. Ich fülle die mal eben kurz auf. So, effizientes Gießen. Jawohl. Jawohl. Wow. Was ist denn da los? Aber hier klappt es leider nicht. Dann mache ich das so. So, die hier oben auch nochmal. Sehr schön machst du das, Lilly. Dafür, dass ja angeblich der Ehemann das macht. Der Ehemann, der hier die Zäune... Hallo. Der Ehemann, der die Zäune repariert. Der Ehemann, der dem Hund Wasser gibt. Was er nur ab und zu mal... Hallo. Was er nur ab und zu mal... ...tut. Geht es irgendwie nicht, Lilly? Bin ich irgendwie ein bisschen daneben? Kann das sein? So, das hier noch, das da unten noch. Und dann schaue ich mal nach, wie viele Holzwege wir gleich noch haben. Das kann ja weg, das kann weg, das kann auch weg. Und das kann auch weg. Holzwege, wo seid ihr denn? Na, die vier Stück reichen nicht. Dann kann ich doch gut ein bisschen Holz gebrauchen. Dann machen wir hier erstmal ein bisschen was. Na, komm schon. Lilly, hallo, mach mal was. So, dann machen wir Holzwege. Wo sind die Holzwege? Ist eigentlich egal, denn früher oder später werden wir sie sowieso brauchen. Jetzt habe ich 16. So, dann machen wir das hier komplett genau. Machen wir das so und machen das so da noch hin. Also, soll doch wohl fürs Erste reichen, oder? Ich könnte da jetzt noch was machen. Ja, ich könnte da auch noch was hoch machen. Aber wie gesagt, ist jetzt halb so wild, ne? Dann kommen die hier weg und der Kram kommt wieder da rein. Und wir gehen schlafen, es ist schon 0.10 Uhr. Eieiei. Und wir haben keinen Kugelfisch gefangen. Och, Mannu. Sind wir denn vielleicht beim Angeln aufgestiegen? Wenigstens etwas? Nein. Sind wir auch nicht. Okay. Aber wir haben schön viel Geld durch die Blumen bekommen. Oh, ich liebe das. Ganz ehrlich, die Blumen sind so großartig. Vielleicht sollte ich demnächst nur noch Blumen anpflanzen. Oder halt einfach super viele Blumen, ne? Sebastian, mein Schnucki, wo bist du? Bist du etwas schon draußen und kümmerst dich um die Farm? Ja, ja, angeblich. Ich habe den Morgen damit verbracht, ein Paar der Zäune zu reparieren. Was? Sie sollten so gut wie neu sein. Was, wirklich? Wirklich jetzt? Ach, krass. Hallo, Lilly. Hier ein Rezept aus meiner Kneipe. Ich teile das nur mit guten Freunden. Gas. Lachsmahlzeit. Ach, wie schön. Oh, noch mehr Post. Hallo, mein Schatz. Ich hoffe, es läuft gut mit deinem Hof. Ich schicke dir eine Kleinigkeit aus meiner Küche. Ich hoffe, sie ist nicht im Brief zerbröselt, Evelyn. Oh, süß. Ein paar Kekse. Das finde ich ja richtig toll. Ach so, das wird alles gegossen. Sind die fertig? Oh, Sommerschmuck. Karoline. Ich werde mir deine Freundschaft jetzt mit Sommerschmuck erkaufen. Oh, wie cool ist das bitte? Das finde ich ja richtig gut. Und was ist mit dem Rotkohl? Ist der fertig? Nee. Nee, der ist echt nicht fertig. Ach, schade. Oder kann ich den irgendwie... Nee, ich glaube, das funktioniert nicht. Das hier wächst noch. Das hier wächst noch. Da haben wir eins, zwei, drei Pepperoni. Na, nein. Ich möchte die hier gerne mitnehmen, genau. Und wie sieht es mit dem Hopfen aus? Nee, Hopfen ist auch noch nicht fertig. Das hier unten muss auf jeden Fall gegossen werden. Die nehmen wir mit. Und dann gießen wir diese drei. Dann kann ich ja heute schon wieder zu Pierre und ein bisschen was kaufen. Den ganzen Kram nehme ich jetzt auch mal mit. Also, die Orangen kommen auch mit. Und da könnte ich jetzt auch... Oh, wow. Immer mal öfter eine für Gas bereithalten. Oh, wow. Das mit den Pflanzen ist so übel. Leute, ich mache gleich wirklich eine neue Pflanzenkiste. Also, so kann es ja nicht weitergehen. Also, wirklich. Das kann ja echt nicht wahr sein. Oder ich muss einfach super viel noch verkaufen. Muss ich gleich mal schauen. Und so, hier noch mal liebhaben, da noch mal liebhaben. Dann kommt die Wolle auf jeden Fall schon mal da rein. Geht immer bitte zur Seite. Ihr lustigen Hühner. Schnappe ich mir den Kram. Das kommt rein. Und das kommt hier rein. Von mir aus da noch mal ein Schattenei. Und da dieses hier. Habe ich jetzt keine anderen Eier mehr? Habe ich tatsächlich jetzt alle verbraucht? Okay. So, ihr Lieben. Ihr dürft natürlich nach draußen. Habt ihr hier schon alles weggefuttert, ne? Haben wir Trüffel? Nein, wir haben keine Trüffel. Ich möchte so gerne Trüffel. Warum nicht? Können wir das Schaf schon wieder scheren? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich nehme die mal vorsichtshalb. Ach nee, jetzt ist mein Inventar ja gleich voll. Nee, ich kann es auch nicht scheren. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich packe mal eben kurz das da rein. Damit wir jetzt auf jeden Fall hier von allen Milch bekommen. So, das ist Focaccia, weil Tello hat beim letzten Mal Milch gegeben. So, oder auch noch mal eine Milch. Und von Lasagne auch noch mal eine große. Hier noch mal liebhaben. Und hier vorne dann auch noch mal liebhaben, weil Milch hast du ja sowieso nicht. Wie viele haben wir denn jetzt? Eins, zwei, drei. Ja, das ist doch okay. Wir haben eigentlich immer drei, ne? Also ich meine, es kann nicht mehr werden. Das Schwein kann nicht plötzlich Milch geben. So, kommt es hier hin. Und der kommt wieder weg. Nein. Der kommt wieder weg. Genau. Ja, Leute, wo stelle ich die nächste Pflanzenkiste hin? Oh Gott. Das wird einfach alles so voll hier. Diese ganzen bunten Kisten. Ich weiß nicht, wohin damit. Vielleicht sollte ich mir doch mal dieses Lagerhaus kaufen. Was irgendwie besonders individuell eingerichtet werden kann. Das wäre eigentlich ziemlich cool. Aber wisst ihr, was ich mache? Obwohl, ne, das ist ja nur Platzverschwendung. Ich habe gerade überlegt, ob ich die Einmachgläser wegpacke. Damit ich nicht auf die Idee komme, da was reinzutun. Aber ganz ehrlich, das ist wieder nur Platzverschwendung. Das hier behalte ich jetzt einfach mal Peperoni. Moment, das kommt weg. Das sind die Einmachsachen. So, Pflanzenkiste. Wie sieht es aus? Es sieht ganz gut aus. Wir haben noch ein bisschen Platz, ne? Ich würde sagen, ich packe das da rein. Ich wollte eigentlich alle behalten, damit ich immer was für Caroline habe. Ich verkaufe den jetzt. Ich packe das da rein. 15 Pilze. Drei davon. Und das sind Stechpalmen. Okay, dann würde ich sagen, Krokus. Was kann denn noch weg? Das sind die blauen Chess. Passt auf, ich packe die eine weg. Und dann packe ich nämlich die da rein. Ach, da habe ich jetzt auch noch zwei. Da habe ich jetzt auch noch zwei. Davon vier. Ich überlege gerade, Gewürzbeere, Edelwicke. Brauche ich davon wirklich fünf? Krokus möchte ich nicht wegpacken. Wisst ihr was? Ich packe jetzt die elf weg. Also ganz ehrlich. Oder Meerrettich? Was davon brauche ich denn am wenigsten? Ach, Moment. Ich wollte... Ich mache mal eben kurz was anderes. Ich leere mal eben kurz hier mein Inventar ein bisschen. Äh, Peperoni, Peperoni. Können wir nicht mehr stacken. Leute. Neue Kisten. Dringend. Ganz, ganz, ganz dringend. Ich wollte aber eben mal nachschauen, wie ist das mit dem Mohn? Hier brauchen wir den, ne? Braucht er dann auch tatsächlich diesen Orangenen? Und ein Spiegelei braucht er auch. Pass mal auf. Äh, hm, nein. Dann schnappe ich mir doch mal den Mohn. Ich weiß jetzt nicht, ob der wirklich Orange braucht. Ich nehme mal das hier zur Vorsicht auch mit, falls der auch okay ist. Und dann hole ich mir nochmal eben fix ein Ei. Mach dann noch ein Spiegelei und bring das auf jeden Fall schon mal ins Gemeinschaftszentrum. Und ja, dann müssen wir mal schauen. Vielleicht nehme ich auch zwei Eier mit, damit ich dem Alex noch was schenken kann. So, das Spinnrad ist beschäftigt. Das ist gut. Oh, Entenei, großes Ei. Kann ich das auch da mitmachen? Ich habe jetzt gar nicht mehr so viele Eier, ne? Dann würde ich lieber das mitnehmen. Wir gucken jetzt mal, weil ich keine Ahnung habe, ob man aus dem Entenei ein Spiegelei machen kann. Das werden wir jetzt sehen. Aber Spiegelei-Rezepten müssen wir eigentlich haben, ne? Und hier sind jetzt, wie viele fertig? 16. Okay. Ja, ich kann wieder ohne Ende Saat kaufen, weil ganz ehrlich, ich kann ja so viele Sprinkler machen. Von daher, oh, Spiegelei, ja, supi. Und das Entenei wurde verwendet, okay. Dann bekommt der Sebastian heute mal ein großes Ei. Und ich nehme den ganzen Kram jetzt mit, oder? Also den haue ich jetzt weg, ganz ehrlich. Sommerschmuck nehme ich definitiv mit. Edelwicke, bla bla, ist auch erstmal okay. Das passt schon. Auf jeden Fall machen wir uns jetzt auf den Weg ins Gemeinschaftszentrum. Da waren wir schon lange nicht mehr. Und können da mal wieder ein bisschen was aufstocken. So, es ist ja auch wieder Sonnenschein. Das bedeutet, wir könnten auch wieder ein bisschen angeln gehen. Vielleicht klappt es diesmal ein wenig besser mit dem Kugelfisch. Das wäre ganz schön. So, steht hier oben jemand, oben jemand, mein Gott, oben jemand rum. Nein, sieht nicht so aus. Okay, hm. 10.30 Uhr. So, dann müssen wir einmal hier vorne zum schwarzen Brett. Und das Ganze ist für wen? Hallo? Für wen eigentlich? Bündelkoch. Ach, das ist Gas. Achso, das ist Gas. So, du bekommst hier dein Spiegelei und einmal den Mohn. Kann ich jetzt auch den reinpacken? Ja, super. So, Trüffel fehlt uns noch. Und Straußfahren gibt es, glaube ich, im Herbst. Meine ich zumindest. So, sonst habe ich alles okay. Caroline, ich komme jetzt sofort zu dir. Ich hoffe sehr, dass du zu Hause bist und dass du meinen Sommerschmuck willst. Hallo, Robin. Wenn du Gebäude auf deinem Gelände verbessern willst, frage einfach mich. Das werde ich tun. Habe ich denn für dich noch was? Weil dir schenke ich gar nicht so häufig etwas. Ziegenkäse habe ich einen dabei. Ja. Was mache ich hier? So, dahin. Ziegenkäse, bitteschön. Das ist für mich, wow, das finde ich total super. Ja, freut mich. So, da ist Jodie, da ist Emily. Für die habe ich jetzt nix. Uh, eine neue Quest wäre auch da. Abigail, warte mal bitte. Ich habe hier noch was für dich, meine Liebe. Oh, achso, heute bereits ein Geschenk gegeben. Okay, hat das irgendwie wieder doppelt gezählt aus irgendeinem Grund. Caroline, du liebe, liebe Frau, ich habe hier was für dich. Du gibst mir das? Ich bin sprachlos. Oh, so schön. Ich habe in letzter Zeit Wildfrüchte im Wald gesehen. Oh, Caroline, es ist vielleicht das erste richtige Geschenk, was wir dir gemacht haben. Na, super. Ah, sie lässt einen doch vorbei. Ich glaube wirklich, das ist das erste richtige Geschenk. Aber okay, Pierre, was kaufen wir bei dir? Äh, 13 Tage. Wollen wir es machen? Wollen wir noch ein paar Blaubeeren kaufen? Komm, wir kaufen noch, ähm, wie viel hatte ich jetzt frei? 16 oder 24? Komm, wir kaufen einfach 24. So, 24. Ja, komm, das passt schon. Das wird schon alles hinhauen. Dann bekommen wir da noch ein paar mehr Blaubeeren. Ist auch okay. Ach, Mani, für dich habe ich jetzt nichts. Geh aus dem Weg. Mani, Mani, geh doch. So, was haben wir für eine Quest? Und wer hat als nächstes Geburtstag? Maru hat's morgen. Und was ist für ein Fest? Luau. Was war Luau nochmal? Ach ja, diese Suppe, ne? Wo der Gouverneur oder so kommt. Ich suche jemanden, der mir Kupfererz mal 30 bringt. Oh, Clint, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, ob ich davon noch genug habe. Äh, Bürgermeister Louis, bitteschön. Hm, okay. Ich habe ihm diese Woche schon zwei Geschenke gegeben. Alles klar. Hier nochmal eben plündern. Ist aber nichts drin. So, Leute. 12 Uhr. Taum drücken. Dass ich das mit dem Kugelfisch hinbekomme. Du bekommst jetzt mal hier das super dicke Ei. Das ist cool. Danke. Ja, bitteschön, mein Lieber. Das war ein super dickes Ei von super guter Qualität. Also, weiß das bitte zu schätzen, mein Lieber. Da ist Hayley. Für die habe ich jetzt nichts. Da haben wir nochmal Würmchen. Was ist drin? Gemischte Saat. Na, super. Wir hatten schon ewig keine Schriftrolle mehr, ne? Es muss doch mal wieder ein paar Schriftrollen hier zu finden geben. So, jetzt bitte Daumen drücken, dass ich mich nicht ganz so dumm anstelle. Was heißt dumm anstelle? Ich gebe ja mein Bestes. Aber es ist wirklich schwierig. So, Kugelfisch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich darf nicht komplett bis ganz nach oben mitgehen. Also wenn ich sehe, der geht nach oben, gehe ich ein Stückchen mit. Ist das schwer. Aber halt nicht so mega krass, weil ich ihn dann später aus den Augen verliere, wenn er wieder runter sackt. Ich hänge fest. Es hängt dann... Oh, leck mich doch. Es hängt dann manchmal oben so fest. Ich weiß nicht, ob das irgendwas mit meiner Maus zu tun hat oder generell vom Spiel so ist, wenn man irgendwie zigmal geklickt hat. Dass es irgendwie dann oben einfach festhängt. Ich weiß es nicht. So, komm nochmal bitte. Ne, Rotbarbe. Ach, Mann. Ja, komm schon. Ich will den blöden Kugelfisch. Ach nee, Buntbarsch. Ich will den doofen Kugelfisch. Es ist 13.10 Uhr. Ich will hier nicht wieder bis 16 Uhr rumstehen und nichts auf die Kette kriegen. Das ist die Rotbarbe. Oder der Buntbarsch. Oh, das war perfekt. Die Rotbarbe. Bitte. Kugel... Kugelfisch. Und? Wieder Rotbarbe oder Buntbarsch. Perfekt. Ist schön. Bringt dann ziemlich viel Geld, wenn wir es verkaufen. Also was heißt ziemlich viel, aber... Bringt dann ein bisschen Geld. Aber trotzdem würde ich mich viel mehr über den Kugelfisch freuen. Ja, das ist auch wieder das Übliche. Perfekt. Schön und gut. Zweite perfekte Rotbarbe. Und? Bitte? Wir haben ja noch zwei Stunden. Nein, das gibt's doch nicht. Oh Mann. Das darf doch nicht wahr sein. Boah, ist das doof. Na toll und nicht mal perfekt. Ja, ja. Rotbarbe ist okay. 14.30 Uhr. Kugelfisch. Oh mein Gott. Oh, ey. Ey. Keine Chance. Keine Chance. Ich muss dafür Level 10 sein. Ganz ehrlich, 100 pro. Das kann so nicht funktionieren. Oh, ich seh gerade, wir sollten da rechts gleich mal rüber gehen. Jo. Hab ich nicht gesehen. War das die ganze Zeit da? Ist mir nicht so aufgefallen und ich hab auch nicht wirklich getroffen. Aber gut. Seetang. Okay, muss ich mich noch ein bisschen weiter da hinstellen? Ja, jetzt aber. Aha. Und wir fischen da Seetang raus, ja? Ach Mann. Oh Mann. Das gibt's nicht. Na toll. Jetzt ist es weg. Bitte, bitte, bitte. Kugel. Oh, ey. Oh mein Gott. Regt mich das auf. Ich krieg einfach diesen Fisch nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Treibholz. Ey, das darf doch nicht wahr sein. Ich bin am Verzweifeln. Es ist 15.50 Uhr. Na komm schon. Bitte. 16 Uhr. Ne. Jetzt ist es zu spät. Es ist schon 16 Uhr. Okay, also am nächsten Tag wieder probieren. Aber hey, das ist gar nicht so schlecht. Du hast deinen letzten Köder verbraucht. Oh, okay. Das ist gar nicht so schlecht. Denn so steigen wir wenigstens auf. So, ich wollte Willi jetzt einfach mal einen random Fisch schenken. Ich hoffe, er mag das. Ein Geschenk? Danke. Guck. Na ja, neutral, ne? Köder kaufe ich aber ganz bestimmt nicht mehr bei dir, mein Lieber. Dann gehe ich lieber in die Mine. 14.000 habe ich leer. Habe ich schon Geschenke gegeben. Gemischte Saat, die noch einpflanzen sammeln. Ach ja, Kupfererz. Genau. Gut, gut. Würde ich sagen, gehen wir jetzt zur Farm zurück. Pflanzen ein bisschen was ein. Und eventuell, Vincent, für dich habe ich nix. Und Jess, habe ich dir heute was gegeben oder gestern? Ich weiß gerade gar nicht. Oh, ich liebe Geschenke. Danke dir. Oh, Leute, ich habe sogar eine richtige Steam-Errungenschaft bekommen. Ach, cool. Weil ich mit so vielen Leuten hier befreundet bin. Ach, schön, Elliot, für dich habe ich nix. Hi, Vincent, sagt er. Ach, süß. So, wo gehe ich rum? Ich glaube, ich gehe einfach hier lang. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht gehen wir gleich noch kurz in die Mine oder so in die oberen Ebenen. Da ist es ja relativ easy, ein paar Käfer zu töten und ein paar Köder zu sammeln. 17 Uhr. Ja, gut. Müssen wir mal schauen. Oh, da ist Pam. Für dich habe ich gerade leider kein Bier dabei. Hey, es tut mir sehr leid. So, dann kann ich doch jetzt erstmal die ganzen Rotbarben hier verkaufen. Ach, so viel hatte ich jetzt gar nicht. Edelwicker. Das wird jetzt verkauft. Ganz ehrlich, das brauche ich nicht. Das packe ich schon mal da hin. Das packe ich da hin. Das packe ich da hin. Ähm, was mache ich hier überhaupt? Ich wollte da die gemischte Saat haben, genau. Dann packe ich jetzt nochmal Treibholz hier rein. So, da kann da noch irgendwas Schönes raus entstehen. Und es waren hier zwei Felder. Okay, das macht aber nichts. Ich kann ja dann unten noch irgendwo eins hin machen. So, nehme das noch. Und Honig nehme eben kurz mit. Hier daneben würde auch noch eins passen, ne? Da müsste ich. Da müsste ich den Baum fällen. Aber ganz ehrlich, das ist gar nicht so schlimm. Das mache ich jetzt einfach. Komm, dann haue ich auch den weg. Dann habe ich es jetzt hier einigermaßen nett gemacht. So, sehr schön. Auch weg mit dir. Und dann müssen wir gleich nur noch ein paar Steinwege machen. Aber das ist ja kein Problem. Vielleicht schaffen wir es dann heute doch nicht mehr in die Mine. Ist aber jetzt auch nicht so wichtig, ne? Nur für ein paar Köder. Muss das jetzt... Ja, toll. Muss das jetzt nicht unbedingt sein. Hallo. Dahin. Und haben wir zufällig noch irgendwo einen frei? Ne, da unten nicht. Aber wisst ihr, was ich mache? Ich setze das trotzdem irgendwo da unten hin. Weil das ist ja der ganze Kram, den ich sowieso immer gießen muss. Und wenn ich da dann noch die gemischte Saat hinsetze, dann hoffe ich, dass ich das nicht vergesse. Verpasse, wie auch immer. Oh, wow. Das war jetzt super ineffizient. Auch wenn es irgendwie sechs Felder oder so waren. Keine Ahnung. So, dann haue ich das hier mal eben weg. Genau. Dann nehme ich noch ein bisschen Holz mit und ein paar Holzwege. So, Holz. Und wo haben wir so Holzwege? Haben wir noch zwei. Da ist noch direkt wieder ein bisschen Treibholz fertig. Und ich wollte doch einen Sprinkler machen. Das wollte ich doch eigentlich. Davon haben wir jetzt noch zwei. So, äh. Holzwege, Holzwege, Holzwege. Äh, haben wir jetzt einfach mal fünf. Okay. Eins, zwei, drei dahin. Und eins, zwei, na. Zwei, drei, vier dahin. Okay. So, da kommt dann gleich, wie gesagt, noch der Sprinkler hin. Und hier kommt dann noch einmal gemischte Saat. Damit ich das auch nicht vergesse, wenn ich den ganzen anderen Kram hier gieße. So, eben rüber gehen, hier alles zumachen. Ja, dann machen wir das echt in der Folge morgen mit der Mine. Das ist ja auch nicht so viel Arbeit. Einfach nur ein paar Käfer töten. Das haben wir ja relativ zügig zusammen, dass wir da wieder ein paar Köder haben. Und erfolglos versuchen können, einen Kugelfisch zu fangen. Ach, jetzt könnte ich eigentlich den auch noch weghauen, ne? Ach komm, ist egal. Ist egal, das passt schon. Hier schnappen wir uns drei Polz. Und dann hoffe ich, dass hier morgen der Wein oder was ich doch immer reingepackt habe, dass das bald fertig ist, sodass wir dann bei Gelegenheit endlich den Pferdestall kaufen können. Das kommt weg, das kommt weg. Das nehme ich alles mit. Und den Fisch wollte ich noch ganz fix hier lagern. So, da haben wir jetzt noch ein bisschen Mond. Da haben wir noch Lehm, Edelwicken. Habe ich denn jetzt hier noch Edelwicken drin? Nee, gar nicht mehr, ne? Äh, und pass auf. Ich verkaufe, ich packe die rein. Dann habe ich nämlich jetzt für den Moment mehr Geld. Und wie viel Peperoni habe ich insgesamt? Äh, da habe ich jetzt noch 24. Alles klar, ich verkaufe die kompletten Peperoni. Und der Lehm kommt da rein. So, also Edelwicken, Edelwicken, Peperoni. Und nun verkaufe ich jetzt auch, genau. Also noch eine Peperoni und die beiden behalte ich im Inventar. Damit ich immer schön an die Caroline denke. So, Sebastian, hey. Hi, Lilly, gut dich zu sehen. Das ist sehr beruhigend, wenn du hier bist. Ja, das freut mich. Wollen wir schlafen gehen, mein Liebster? Komm, ab ins Bett mit dir. So, schlafen gehen. Sind wir aufgestiegen? Nein, sind wir nicht. Ach, Mann. 3.700, 4.000 irgendwas. Oh, 4.900. Gut, Leute. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.